Bayern, katastrophale Konzentration von Aluminium, Barium und Arsen in der Atemluft amtlich bestätigt. Die Ohntiefen des Internets haben es zu Tage gefördert, das Bayerische Landesamt für Umweltschutz, das sich seit dem 1. August 2005 in Bayerisches Landesamt für Umwelt umbenannt hat, also nicht mehr für den Schutz der Umwelt, sondern nur noch für deren Analyse zuständig ist, misst bereits seit Jahrzehnten Schadstoffe in der Luft, obwohl in der breiten Öffentlichkeit oft suggeriert wird, dass es in der Atemluft keine nennenswerte Feinstaubbelastung gibt. Das ist der Beweis, auf den die Szene so lange gewartet hat. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei um Partikel handelt, die zum Teil in einer Größe vorliegen, sprechen wir hier von einer unvorstellbaren Menge an, Ultrafeinstaub, die von den Behörden und Medien vollkommen verschwiegen wird. In Verbindung mit den Daten, die das Umweltbundesamt an verschiedenen Messpunkten in Deutschland mittels Partikelzelle als experimentelle Messungen erhebt, siehe unseren Artikel Umweltbundesamt unterschlägt Messergebnisse des Chemtrial Monitorings, kommt Licht ins Dunkeln, das Umweltbundesamt misst nämlich Partikel im Nanobereich, und das Bayerische Landesamt für Umwelt deckt mit seinen Messungen auf, um welche Substanzen es sich handelt. Nämlich um hochtoxische Stoffe wie Aluminium, Barium und Arsen. Allein die Tatsache, dass diese Partikel vorhanden sind, die Bevölkerung darüber in Unwissenheit gehalten und daran, todkrank wird, ist ein Skandal. Dadurch wird offensichtlich, dass das Thema Chemtrails schon längst nicht mehr geleugnet werden kann. Chemtrails Sprühflugzeug über Deutschland in Aktion beim Versprühen von Ultrafeinstaub Wenn man genau darüber nachdenkt, wird einem klar, wie uns die Industrie verschaukelt und uns die Schuld an unserer zerstörten Gesundheit zuschiebt. Sie preist uns ihre künstlichen Nahrungsergänzungsmittel, synthetischen Vitamine und Soudermedikamente an, die völlig an der Ursache, nämlich Nanopartikel und nicht geschwächtes Immunsystem, vorbeigehen, und die daher auch nicht wirken können. Laut Prof. Dr. medizinische Heri Rosen, BDF, erzeugt der direkt lungengängige Feinstaub und Ultrafeinstaub, Nanopartikel, eine viel gravierendere Toxizität als der in der 17. BIMF genannte und zu messende Gesamtstaub, der gemäß Haarluft eine Partikelgröße 10 m hat. Auffällig ist, dass schon seit Jahren täglich Aluminiummessungen ermittelt werden, obwohl es dafür keine offiziellen Grenzwerte gibt. Man muss dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zugutehalten, dass es bereits seit vielen Jahren Aluminiummesswerte in seinen lufthygienischen Jahresberichten veröffentlicht, obwohl dafür weder ein Grenzwert festgesetzt ist, noch Messungen vorgeschrieben sind. Alle anderen Landesämter tun dies nämlich nicht. Besonders eklatant sticht ins Auge, wie hoch diese Werte sind, die uns von offizieller Seite unterschlagen werden. Es hat den Anschein, als wäre die Sättigung der Luft mit toxischen Substanzen mengenmäßig auf die Giftigkeit der Substanzen abgestimmt. Arsen wirkt bereits in Kleinstmengen tödlich, von Aluminium braucht man im Verhältnis mehr, um eine deutlich schädigende Wirkung zu erzielen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt betreibt seit 1974 das LÜB, Lufthygienisches Landesüberwachungssystems Bayern mit derzeit über 50 Messstationen. Sie liegen straßennah an Innenstädten, in Stadtrandzonen und Industriegebieten. Messstationen in ländlichen Bereichen zur Erfassung der großräumigen Hintergrundbelastung und an sehr stark verkehrsbelasteten Innenstadtstraßen mit schluchtartiger Randbebauung, sogenannte Hotspots, runden das Messnetz ab. Das LÜB entspricht den EU-Luftqualitätsrichtlinien, die mit der 39. BIMSCHV, Bundesemissionsschutzverordnung, in nationales Recht umgesetzt wurde. Neben Luftschadstoffen werden auch meteorologische Daten erfasst und Staub im Labor auf Inhaltsstoffe analysiert. Quelle, Webseite des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Hier die Originaltabelle aus dem lufthygienischen Jahresbericht 2015. Übersicht über die Messwerte aller gemessenen Schadstoffe, Aluminium hat die zweithöchsten Werte von allen. Quelle, Bayerisches Landesamt für Umwelt. Im lufthygienischen Jahresbericht 2015 PDF, findet sich auch eine schöne Übersichtskarte über die Messstation. Wir haben auf Grundlage der Messwerte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt aus den jeweiligen lufthygienischen Jahresberichten eigene Auswertungen erstellt, die die Entwicklung der Luftverschmutzung in Bayern für die Schadstoffe Aluminium, Barium und Arsen über die Jahre hinweg aufzeigen. In unseren Tabellen sind die Messwerte der einzelnen Messstationen in Übersichten pro Schadstoff zusammengefasst. Die Messstationen mit den Höchstwerten sind jeweils rot markiert. Aluminium Das Bayerischen Landesamt für Umwelt hat laut seinen lufthygienischen Jahresberichten im Jahr 2004 damit begonnen, Aluminium in der Atemluft zu messen und zu veröffentlichen. Aluminium, Symptome Trockenheit der Schleimhäute und der Haut Vorzeitige Alterung Körperfunktionen verlangsamt, Tendenz zur Lähmung der Muskeln Wechselnde Stimmung, Selbstmordtendenz Hast und Eile Kartoffeln werden nicht vertragen Häufiger Handrang, Blasenlimmung Husten morgens nach dem Aufwachen, Heiserkeit, Stimmlosigkeit, röchelnde Atmung, Husten beim Reden oder Singen Quelle, William Böricke, homöopathische Mittel und ihre Wirkungen Barium Das Bayerischen Landesamt für Umwelt hat laut seinen lufthygienischen Jahresberichten im Jahr 2006 damit begonnen, Barium in der Atemluft zu messen und die Messungen zu veröffentlichen. Barium, Symptome Barium ist ein kardial-vaskuläres Gift, das auf die Herz- und Gefäßmuskeln wirkt. Die Blutgefäße werden weich und degenerieren. Sie weiten sich und an Neurysmen, Erweiterung der Arterien, sind die Folge. Die wichtigsten Symptome laut Böricke Körperliche und geistige Unterentwicklung von Kleinkänden Zweckwuchs Geschwollene Drüsen Schwäche und Müdigkeit Senilität bei alten Menschen, sehr nähe Demanz, Gedächtnisverlust, geistige Schwäche Schwindel Trockene, erstickende Husten Chronische Stimmlosigkeit Vergiftungen mit der Substanz können zu Bluthochdruck führen und sich negativ auf die Nierenfunktion auswirken. Werden größere Mengen aufgenommen, können erbrechen, Schwindel, Darmkoliken und Herz-Hytmo-Störungen die Folge sein. Arsen Arsen Symptome Akute Vergiftungen führen zu blutigen Brechdurchfällen, Kreislaufkollaps und Atemlimmung. Gelangt Arsen in kleinen Mengen über längere Zeit in den Körper, kann es Störungen des Nervensystems und Krebs verursachen. Arsen akkumuliert im Körper. Weitere Symptome laut Böricke Große geistige und körperliche Erschöpfung Große Unruhe Angstzustände Anämie Asthma Vergrößerung von Milz und Leber Gedämpfte Vitalität Verzweiflung bis hin zu Selbstmordtendenzen Diese Symptome sind auffallenderweise in den letzten Jahren zu Massenphänomenen geworden. Nach jahrelanger Beobachtung stellen wir fest, dass die Symptomatik einer Arsenvergiftung in etwa deckungsgleich ist mit der Erkrankung, die durch das angebliche Epstein-Barr-Virus Äpf, ausgelöst wird, dem pfeifischen Drüsenfieber. Dies gilt insbesondere, wenn körperliche Erschöpfung im Vordergrund steht. Aus diesem Grund wird das homöopathische Mittel Arsenikum-Album erfolgreich in niedrigen Potenzen zur Therapie des pfeifischen Drüsenfiebers eingesetzt. Steht hingegen bei dieser Erkrankung eine Schädigung des Lymphsystems und der Drüsen, insbesondere Leber- und Bauchspeicheldrüse im Vordergrund, so hilft oft das homöopathische Mittel Barium je nach Konstitution entweder in Form von Barium muriaticum oder Barium carbonicum. Übrigens besteht ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen einer Äpf-Erkrankung und einer vorausgegangenen Mandelentfernung, die eine Schwächung des Immunsystems zur Folge hat. Äpf deckt in auffälliger Weise die Symptome ab, die durch die Aufnahme von Aluminium, Barium und Arsen entstehen können. Hat man hier unter diesem Begriff einen Deckmantel geschaffen? Handelt es sich dabei in Wirklichkeit um eine künstlich hervorgerufene Krankheit? Das könnte auch erklären, warum eine fast 100%ige Durchseuchung der Bevölkerung damit besteht und der Patient lebenslang jederzeit wieder rückfällig werden kann. Wen wundert es da, dass Ärzte Stimmen unterdrückt werden, die verwundert feststellen, dass sie unter dem Mikroskop überhaupt keine Viren finden? Die Viren von heute sind künstlich geschaffene Phantome nach Machart des Kaisers neue Kleider. Siehe auch www.wissenschaftplus.de, die Webseite des Biologen Dr. Stefan Lanker. Quecksilber Der folgende Abschnitt ist sehr wichtig, um zu verstehen, wie perfide vorgegangen wird, um eine Vergiftung der Bevölkerung durch ein Mehrkomponentensystem, nämlich Trinkwasser, Nahrungsmittel, Atemluft, Medikamenteimpfungen, Kosmetik, Kleidung, Baustoffe, Gentechnik und Pflanzenschutzmittel nicht nur voranzutreiben, sondern auch zu potenzieren. Quecksilber ist der Katalysator schlechthin und erhöht die schädliche Wirkung von den anderen toxischen Stoffen um ein Vielfaches. Es ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Spätestens mit den Impfungen im Kleinkindalter wird es erstmals verabreicht. Es ist Bestandteil von Amalgam-Zahnfüllungen, die bis heute noch von Zahnärzten eingesetzt werden. Es findet sich in Medikamenten und Nahrungsmitteln. Es kann zu Erbrechen und Durchfall und auch zu Seh- und Gedächtnisstörungen führen. Dieses giftige Schwermittel schädigt das zentrale Nervensystem. Es findet sich unter anderem in Neonröhren, Energiesparlampen und Batterien, Vorsicht, wenn diese alt sind und auslaufen. Als Quecksilberchlorid wird es in Desinfektionsmitteln eingesetzt. Quecksilber wird zwar in den lufthygienischen Jahresberichten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt erwähnt, der Emissionswert liegt bei 1 µg-m²-Mittelpunkt.de, Messergebnisse wurden bisher jedoch dort nicht veröffentlicht. Beispiel Ozon Aus dem lufthygienischen Jahresbericht 2015 ist zu entnehmen, dass der maximale 8-Stunden-Mittelwert für Ozon weit mehr als die 25 zulässigen Überschreitungen im Kalenderjahr aufweist, ohne dass die Bevölkerung gewarnt wird, wie es in der entsprechenden EU-Richtlinien vorgeschrieben ist. Die Tatsache, dass die Ozonwerte trotz der Behebung der angeblichen Ursache, nämlich des Verbots der Ausbringung von FCKWS, immer noch Jahr für Jahr kontinuierlich steigen, ist allein immer schon Hinweis genug darauf, dass die FCKWS Ozonlochtheorie falsch und die wahre Ursache woanders zu suchen ist. Siehe auch unseren Artikel Warnung, Ozongrenzwerte drastisch überschritten. Wissenwertes Je kleiner Nanopartikel sind, desto gefährlicher sind sie. Nanopartikel können jede Zellmembran durchdringen und finden sich sogar in den Keinzellen und in der DNA von Mensch und Tier wieder. Sie können auf diese Weise schwerste Schäden bei Embryos hervorrufen. Sie werden in der Schulmedizin bereits eingesetzt, um gewünschte Wirkstoffe in Zellen einzuschleusen, ohne dass diese sich dagegen wehren können, ein absolut unnatürlicher, sehr fragwürdiger Vorgang. Sie werden auch in alternativen Gesundheitsprodukten eingesetzt, um eine möglichst schnelle Wirkung der Stoffe zu erreichen. Langfristige Schäden dieses frappierenden Effekts werden außer Acht gelassen, siehe hierzu unseren Artikel Gift-Alarm, Vorsicht beim Einkauf von Gesundheitsprodukten. Untersuchungen unter dem Elektronenmikroskop haben ergeben, dass im Kern jeder Thrombose und im Kern von Krebsgeschwüren Fremdpartikel, meist Schwermetalle, zu finden sind. D. H. Im Umkehrschluss, dass Nanopartikel die Ursache von Krebs sind. Dadurch wird auch verständlich, warum die Industrie und Politik so nanopartikelfreundlich sind. Produktneuheiten auf Nanobasis schießen wie Pilze aus dem Boden. Als Ursache von Krebs werden Fehlernährung, Bewegungsmangel und andere Faktoren angeführt, die alle die Schuld auf den Patienten schieben und weit von der Feinstaubbelastung der Luft ablenken. Einer Studie, BDF, der American Cancer Society nach ist eine Steigerung der Krebstodesfälle bei Frauen bis zum Jahr 2030 um nahezu 60% zu erwarten. Man rechnet mit 5,5 Millionen toten Frauen pro Jahr weltweit. Fazit An der Öffentlichkeit vorbeiliegen unseren Ämtern bereits seit Jahrzehnten netierte Schadstoffmessungen der Luft vor, insbesondere von Aluminium, Barium und Arsen. Die letzten Pflanzenschutzmittel mit Arsenanteil wurden 1974 verboten. Die Verwendung in Industrieprodukten erfordert eine Ausnahmegnehmigung. Bisher hatte die Chemtrails Aufklärungsbewegung lediglich Messwerte von Regenwasserproben zur Verfügung, in welchem diese Stoffen nachgewiesen wurden. Direkte Messungen der Schadstoffbelastung in der Luft wurden bisher in Deutschland nicht veröffentlicht. Die Filmemacher von Overcast, einem Produkt des Systems, unseren Quellen nach ist der Auftraggeber des Films Die Schweizer Armee, haben es tonlichst unterlassen, die jahrelang in der Szene angekündigten Luftmesswerte beizubringen. Dabei ist dies so einfach und noch dazu zu 100% amtlich und hoch offiziell. Die Tatsache, dass das Umweltbundesamt und die Emissionsschutzbehörden der Städte und Landkreise nicht Bezug auf diese Messungen nehmen, die Ursachen nicht erforschen und abstellen, ist Hochverrat am eigenen Volk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020